was geht ab was geht da und heute herzlich willkommen ja wir müssen das giveaway irgendwie das video musste ich noch mal neu machen es irgendwie gibt es probleme bei der kommentarfunktion irgendwas triggert das dass die kommentare irgendwie automatisch gelöscht werden ich weiß nicht genau was wir machen das so dass ihr also wie gesagt ja wieder 24 stunden zeit ein kommentar unter dem video zu schreiben und morgen verlose ich das da mit dem random command picker wichtig ist aber dass ihr am besten bei der discord id schreibt eurem discord namen macht dann bitte eine leertaste und dann die nummer dahinter dass das schon mal nicht regiert wahrscheinlich und schreibt mir dann nicht wie weit ihr schon in der kampagne seid oder welchen server schreibt mir einfach was euch an dem spiel gefällt schreibt mir was gefällt euch an dem spiel in a real legends ist ja neues game schreibt mir das einfach und da sollte eigentlich alles funktionieren hoffe ich also die kommentare von dem anderen video bitte jetzt noch mal wer schon kommentare geschafft hat unter das andere video zu schreiben bitte noch mal unter dieses video schreiben ich werde das andere video von youtube runter nehmen und das dann nur noch dieses video hier quasi zählt und morgen abend ja lassen wir dann die verlosung durchgehen und ich drücke allen den daumen die den daumen die daumen und ja viel spaß weiterhin mit dem spiel und lasst mir gerne ein abo da würde mich freuen in dem sinne peace euer will sein eins